Staatspreis Erwachsenenbildung 2010 Nominiert in der Kategorie Themenschwerpunkt 2010 Integration durch Bildung Der Verein Mafalda mit dem Projekt Raus aus der Box Raus aus der Box ist ein Basisbildungsangebot in Graz Für junge Frauen zwischen 14 und 25 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund Das auf sehr spezielle Weise künstlerische Prozesse für persönliche Lernprozesse nutzt Rund um die Aufgabe innerhalb eines halben Jahres ein Jugendmagazin zu gestalten und herauszugeben Werden in formalen wie informellen Lehr-Lern-Situationen Angeleitet und begleitet von einem interdisziplinären Team Bestehend aus Künstlerinnen, Pädagoginnen und Sozialpädagoginnen Grundkulturtechniken und Schlüsselqualifikationen Teilnehmerinnen orientiert vermittelt Die sozialen und sprachlichen Kompetenzen der jungen Frauen werden dabei verbessert Kreativität und Neugierde geweckt Ihr Selbstwertgefühl wird gehoben Teamfähigkeit erprobt Und die Eigenverantwortlichkeit gestärkt Die jungen Frauen können so ihren bisherigen Erfahrungen von Benachteiligung und Ausgrenzung Die neue Sinnhaftigkeit des Lernens gegenüberstellen Werden motiviert, wiederzulernen ihre schulischen Abschlüsse zu verbessern und ihr berufliches Leben zu planen Einstichwort Die neue Sinnhaftigkeit des Lernens gegenüberstehen Die neue Sinnhaftigkeit des Lernens gegenüberstehen